Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas aka Sparkoyote. Heute soll es um die Lifestyle-Inflation gehen und wie du diese vermeiden kannst, um dein Vermögen langfristig aufzubauen. Von den ersten 100.000 bis vielleicht noch darüber hinaus im Vermögensaufbau ist nämlich die Lifestyle-Inflation etwas enorm Wichtiges, das man verstehen sollte. Wenn man das nicht versteht, wird es deutlich, deutlich, deutlich schwerer beim Vermögensaufbau, als man denkt. Und ich werde einfach heute auch anhand von meinen persönlichen Beispielen darüber sprechen und meine Erfahrungen mit euch teilen, damit ihr auf jeden Fall wirklich gewappnet seid. Und wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, da geht es um das Haushaltsbudget, die Einnahmen und Ausgaben tracken inklusive Tabelle, die ihr downloaden könnt. Checkt das Video hier gerne ab, das ist nämlich das fünfte Video dieser Reihe und ansonsten wie immer gerne Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefällt. Und dafür bekommt ihr auch eine kleine Katze eingeblendet. Wirklich super putzig ist da, lieber Arthur. Und wir sehen uns, wie schon gesagt, hier eben in dieser Lifestyle-Inflation. Und was ist überhaupt die Lifestyle-Inflation? Das müssen wir erstmal erklären. Nehmt einfach mal an, ihr kommt aus der Schule und macht eine Lehre, verdient das erste Mal Geld. Und dieses Geld gebt ihr aus für Dinge wie Handys, Essen, alles Mögliche, alles, was man sich so vorstellen kann. Und ihr gebt immer genauso viel aus, wie ihr verdient. Und im nächsten Lehrjahr verdient ihr etwas mehr und das, was ihr mehr verdient, gebt ihr wieder aus. Und nochmal. Und nach der Ausbildung seid ihr dann vielleicht auch schon festangestellt, verdient nochmal etwas mehr. Und das, was ihr mehr verdient, überlegt euch, hey, ich ziehe jetzt eine eigene Wohnung, ich ziehe von zu Hause aus und lebe jetzt für mich selber. Und das, was ihr mehr verdient habt, gebt ihr wieder mehr aus. Und wenn ihr dann eine Gehaltserhöhung bekommt, zwei oder drei Jahre später, gönnt ihr euch einfach vielleicht eine größere Wohnung oder ihr gönnt euch dann ein Auto und so weiter. Und das ist eben die Lifestyle-Inflation, die passiert und die es dann tatsächlich nicht ermöglicht, Vermögen aufzubauen oder überhaupt Geld anzusparen, welches ihr investieren könnt. Das heißt, um diese Lifestyle-Inflation zu vermeiden, sollte man immer im Blick haben, wie viel Geld man ausgibt. Und sich immer fragen, brauche ich das wirklich überhaupt oder brauche ich das jetzt wirklich überhaupt. Und dann könnte nämlich in einem anderen Beispiel, das war jetzt die Lifestyle-Inflation, in einem anderen Beispiel das völlig anders handhaben. Zum Beispiel könnte man ja sich sagen, okay, ich bin jetzt Schüler, jetzt gehe ich in die Lehre, ich verdiene das erste Mal Geld und ich gönne mir natürlich auch was, aber ich versuche auch zum Beispiel 30 Prozent von dem, was ich verdiene, zu sparen. Und im nächsten Jahr, wenn ich dann auch eine Gehaltserhöhung bekomme, weil ich im zweiten Lehrjahr bin und dann auch einfach etwas mehr verdiene, kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, 50 Prozent von der Gehaltserhöhung gebe ich aus, 50 Prozent von der Gehaltserhöhung spare ich weiter, um meine Sparquote zu erhöhen. Und das wiederhole ich dann immer wieder. Dann bei größeren Sprüngen, wie zum Beispiel, okay, ich komme raus aus der Ausbildung, bin jetzt Vollzeit festangestellt, bin richtig im Arbeitsleben drin. Und das ist dann wirklich ein sehr großer Boost, einer der größten Boosts, die man überhaupt haben kann, wenn es um das Einkommen geht bei den meisten Menschen da draußen, kann sich überlegen, okay, vielleicht bleibe ich noch ein halbes Jahr, ein Jahr noch bei meinen Eltern und versuche möglichst viel nochmal zu sparen, um dann ein Jahr später vielleicht dann eine eigene Wohnung zu suchen, aber dann auch immer noch zu sehen, okay, ich muss aber schon gucken, dass es mit der Sparquote noch weiter läuft und man kann dann nach und nach den Lebensstil erhöhen, aber immer im Blick haben die Sparquote. Das heißt, wenn ihr mehr Geld dazu verdient, nicht das komplett mehr verdiente Geld in Konsum ausgeben, sondern einfach auch einen Teil davon zurücklegen und klar kann man sich auch mit einem Teil davon etwas gönnen. Und das ist eben die Magie dahinter, dass diese Lifestyle-Inflation kontrolliert passiert und nicht eben unkontrolliert. Und mit der Zeit, wenn wir dann auch das Geld, was wir über die Jahre hinweg gespart, auch investiert haben, merken wir, dass dieses investierte Geld natürlich auch nochmal Geld abwirft in Form von Dividenden, Zinsen, Kursgewinnen, wenn wir jetzt an der Börse investieren, tatsächlich dazu führen, dass wir längerfristig down the line, zum Beispiel zehn Jahre später, unseren Lebensstil tatsächlich dann auf einmal, wenn wir das wirklich wollen, oder vielleicht auch 15 Jahre später, deutlich krasser erhöhen könnten, wenn wir das wollen würden, weil wir natürlich auch schon passives Einkommen haben durch unsere Investments. Das heißt, dadurch, dass wir diese Lifestyle-Inflation in den ersten zehn bis 15 Jahren vermeiden, können wir längerfristig viel, viel mehr davon profitieren und auch mehr Freiheiten genießen. Weil ich kann euch sagen, wenn ihr zum Beispiel mit 20 ins Arbeitsleben reinkommt und mit 30 euch umorientieren wollt, nichts auf der Seite habt, keine Reserven habt, kein gar nichts und einen hohen Lebensstil habt, das ist wirklich nicht eine schöne Situation, in der man sich befinden möchte. Hat man allerdings einen Puffer Investments, Geld beiseite gelegt, hat man auch seine Ausgaben nicht so hoch wie sein Einkommen mehr oder weniger hoch skaliert, hat man viel, viel mehr Möglichkeiten, sich umzuorientieren oder auch Gehaltseinbußungen mit einer kompletten 180-Grad-Drehung in Kauf zu nehmen und trotzdem noch vom Gehalt leben zu können oder vielleicht sogar noch Geld sparen zu können. Und das ist eben einer der großen, wichtigen Punkte, die ich euch ans Herz legen möchte. Das heißt, Lifestyle-Inflation vermeiden ist enorm, enorm wichtig. Und neben dieser Lifestyle-Inflation sollte man es auch vermeiden, den Daumen nach oben nicht zu drücken. Also Smash stehen auf jeden Fall auch an der Stelle. Und das ist halt so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also die Quintessenz, wenn man das so auf einen Satz herunterkristallisieren möchte, ist, dass man den Lebensstandard sozusagen nicht exorbitant erhöhen sollte, sondern das erst eher sehr langsam machen sollte, also vor allem langsamer, als auch das Einkommen steigt. Und den Überschuss, den man halt hat, die Sparquote halt eben zu sparen und anschließend auch zu investieren. Und man mit der Zeit seinen Lebensstil tatsächlich nach und nach gegen oben auch anpassen kann, wenn dann die Zeit reif ist. Zum Beispiel, wenn man das erste Mal Kinder bekommt, völlig legitim, da auch den Lebensstil etwas anzuheben, passiert auch sehr oft, weil man einfach Kosten hat, die verbunden sind mit einem Kind oder mehreren Kindern, wenn man halt mehrere Kinder bekommt. Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, Fünflinge, I don't know. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das ist auch einer der Punkte, den ich immer wieder bei sehr vielen vermögenden Leuten auch immer wieder sehe, die ihr Vermögen von Null auf selber aufgebaut haben, dass sie ihren Lebensstil nach und nach und nach erhöhen, aber halt eben verschoben. Das bedeutet, dass ihr das einfach nochmal so klar versteht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Gehaltserhöhungen bekomme, dass ich meinen Lebensstil erst irgendwie zwei, drei oder sogar fünf Jahre später erhöhe, aber sobald diese initiale Phase, diese ersten drei, vier, fünf Jahre durch sind, man jedes Jahr seinen Lebensstil eigentlich erhöhen kann, ohne dass man auf die Sparquote verzichten und trotzdem immer noch ordentliche Beträge sparen kann. Und so eine Situation habe ich zum Beispiel mir selber tatsächlich eben auch aufgebaut. Ich habe tatsächlich während der Lehre mich schon mit diesem ganzen Thema Finanzen, Investieren, Sparen und so weiter auch beschäftigt, habe dort viel beiseite gelegt, auch nachdem ich noch sozusagen festangestellt gewesen bin. Also nach der Ausbildung habe ich ebenfalls viel beiseite gelegt, teilweise bis zu 50 Prozent von meinem Gehalt und das über Jahre hinweg. Und mit der Zeit, das sind dann halt Jahre gewesen, habe ich dann meine ersten 100.000 aufgebaut. Und dann war ich bei so ungefähr 140.000. Und ich habe mir gesagt, hey, ich möchte jetzt wirklich all meine Unternehmungen Vollzeit machen und wurde dann zum Vollzeit-Selbstständigen, zum Vollzeit-Unternehmer und habe dort auch immer noch meinen Lebensstil relativ tief gehalten. Und irgendwann dann, es war dann vor ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren, habe ich gemerkt, okay, ich habe meinen Lebensstil relativ niedrig gehalten. Jetzt ist es langsam an der Zeit. Ich kann und darf und darf es mir leisten, auch den Lebensstil etwas zu erhöhen im Sinne von vielleicht auch etwas eine größere Wohnung, damit man mehr Platz für die Haustiere hat und so weiter. Und diese Erhöhungen im Lebensstil tun dann, wenn man wirklich auch schon die ersten Jahre wirklich Geld beiseite gelegt hat, die richtigen Entscheidungen finanziell getroffen hat, auch gar nicht mehr so stark weh. Und trotzdem kann man noch eine ordentliche Menge Geld sparen, ohne irgendwie am Ende des Monats mehr Monat als Geld übrig zu haben. Und das ist eben so diese Magie dahinter, diese verzögerte Belohnung, die man sich gönnen kann und nicht eben sozusagen, dass ich bekomme jetzt eine Gehaltserhöhung und jetzt muss ich sozusagen mehr konsumieren, mehr Dinge kaufen, sondern einfach, das kann man dann immer noch, blöd gesagt, auf später verschieben. Aber, aber, ich möchte ein großes Aber sagen, man sollte nicht alles auf später verschieben. Es gibt viele Dinge, für die sind Momente da. Ich bin 2017 zum Beispiel für fast 10.000 US-Dollar in die USA, drei Wochen Roadtrip, habe ich mir richtig gegönnt. Und ja, habt ihr richtig gehört, fast 10.000 US-Dollar für mich alleine als einzelne Person habe ich mir richtig gegönnt. Und da konnte ich viele Erfahrungen machen, viele Eindrücke sammeln, Kultur und so weiter. Das war, glaube ich, 2017, wenn ich mich recht erinnere, also jetzt auch schon vier Jahre, über vier Jahre her. Und da habe ich mir einfach gegönnt, ja, als ich 21 geworden bin. Und hätte ich in der Retrospektive gesagt, oh, hätte ich die 10.000 beiseite gelegt, hätte ich da noch mehr und Zinseszins. Nein, es gibt auch mal Momente, wo man sich bestimmte Dinge gönnen sollte, wo man möchte, wo man denkt, das bringt einem viel im Leben. Und da ist dann das Geld dann dort besser aufgehoben, als irgendwo in irgendeiner Aktie oder in irgendeinem Investmentportfolio oder sonst irgendwas, aber halt eben nach gesundem Maß tatsächlich. Weil zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Ausgabe getätigt habe, hatte ich tatsächlich halt schon auch ein entsprechendes Vermögen. Ich hatte da schon knapp die 100.000 ungefähr. Darum habe ich mir gesagt, okay, das ist machbar, das ist akzeptabel, das ist im Rahmen. Und ja, darum, das muss man immer so ein bisschen selber rausfinden. Da gibt es nicht einen richtigen Weg, sondern da gibt es halt verschiedene Wege, die halt für einen entsprechend selber passen. So, wir sind jetzt nun fertig mit diesem heutigen Thema Lifestyle-Inflation. Im nächsten Video, in der siebten Episode, schauen wir uns an, warum es so wichtig ist, Vorbilder zu haben und was ihr von Vorbildern auch alles lernen könnt. Und würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da am Start natürlich seid und auch ihr selber über die Lifestyle-Inflation berichtet, in die Kommentare einfach damit reinschreiben. Würde mich extrem interessieren, wie ihr das Hand gehabt habt, wie ihr damit umgegangen seid und wie ihr entsprechend auch das ganze Thema behandelt habt. Ob ihr andere Erfahrungen, wie ich gemacht habe, oder ähnliche Erfahrungen, würde mich extrem interessieren. Und ansonsten gerne auch im Finanzruhle Community Club vorbeischauen nach finanzruhle.ca.club. Seid ihr herzlich willkommen, völlig kostenlos. Und wir sehen uns in der nächsten Episode im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute. Und bevor ich es noch vergesse, checkt auf jeden Fall auch das Finanzrudel E-Book ab, wo ihr wirklich von A bis Z auch nochmal alles im E-Book-Format lesen könnt, nachlesen könnt, nachschlagen könnt. Völlig kostenlos. Einfach unter sparkojote.ch. Ich blende es euch gerne hier ein. Könnt ihr gerne das E-Book downloaden, völlig kostenlos und nochmal eure Finanzen selber in den Griff bekommen und auf eure Reise beim Vermögensaufbau zu den ersten 100.000 oder darüber hinaus weiter lernen und euer Wissen vertiefen. Also nicht vergessen, sparkojote.ch slash E-Book völlig kostenlos downloaden und euch dieses wichtige Wissen aneignen und recherchieren. Das war alles. Bis zum nächsten Mal.